Hier ist der Nachmittag mit Dirk Große-Schlamann bei 98.7 Radio M. Schalippe. Von Schalke nach Hollywood. Was für eine Hammerkarriere, die der Ex-Gelsenkirchenamt dahingelegt hat. Und das ohne irgendwas Besonderes zu können. Der Unternehmer hat sich einfach von Prinz Frederik von Anhalt und seiner Frau, Hollywood-Legende Zsa Zsa Gabor, adoptieren lassen. Seitdem darf er sich Prinz nennen. Die ganzen Zusatztitler speichern jetzt mal. Und er lebt in Los Angeles und da in Saus und Braus. Die Shirt & Stone hab ich kennengelernt. Sylvester Stallone hab ich kennengelernt. Ich war abends essen gewesen im Mr. Show. Müssen Sie sich vorstellen, da kommen sie dann angefahren. Und 40, 50 Paparazzis stehen vorm Restauranteingang. Da wird ein roter Teppich ausgelegt. Und haben sie wirklich da Sonderstatusbehandlung, ne? Von Anhalt pendelt jetzt zwischen Hollywood und dem Ruhrgebiet hin und her. Hier hat er ein paar Geschäfte laufen, wie zum Beispiel einen Limousin-Service. Aber auch in L.A. hat er sich mittlerweile einen Namen gemacht. Und seine Heimatstadt, die wir dann nächstens auch groß rausbringen. Selbst wenn, sagen wir mal, in Beverly Hills oder so Gelsenkirchen kein Begriff ist, ja? Ich bring Gelsenkirchen jetzt dahin. In einem Jahr spätestens werden die Prominenten wissen, was ist Gelsenkirchen, wo ist Gelsenkirchen und wo liegt Gelsenkirchen. Ist klar. Gelsenkirchen in Hollywood. So. Und jetzt kommt ihre Chance, liebe Dame im M. Schalippeland, bringt sie ganz groß raus. Er will nämlich ein Musikvideo drehen für seine erste Single, Life is a Fight. Und dafür sucht er noch ein paar junge, knackige Background-Tänzerinnen. Gerne auch aus dem M. Schalippeland. Da werden wir dann also drehen in Hollywood, in Beverly Hills, in Bel-Hair. Wir werden nach Miami rüberfliegen. Wahrscheinlich auch nach Dubai. Da sind wir momentan noch in den Verhandlungen. Wir werden also nach Ibiza auch rüberfliegen. Wir werden also da eine große Yacht vermieten. Und werden da richtig Party machen. Und das, wie gesagt, alles, mit dem dieses Video mit reinbringt. Party und hin und herfliegen. Ich glaube, ich lasse mir ein paar Brüste machen. Ja, wenn Sie ein bisschen Jet-Set-Luft, so heißt es, schnuppern und durch das Prinzen-Video tanzen wollen, bewerben, können Sie sich. Alle Infos dazu gibt es an unserer Hotline. Die ist kostenlos 0800 360 4 mal die 8. Mein Gott, war das adelig hier bei 98.7 Radio im Schalippe. Die ist kostenlos 0800 360 4 mal die 8.7 Radio im Schalippe.